Die bereits 1886 gegründete Traditionsmarke Herkules steht für Langlebigkeit und Innovation und bietet eine große Anzahl an Modellen, die auf die individuellen Wünsche der Kunden angepasst sind. Besonders viel Wert legt der Hersteller bei der Entwicklung seiner Fahrräder auf Ergonomie und die Möglichkeit die ideale Rahmenform und Größe für den Anwender zu bieten. So ist auch das neue Futura HDI 11 mit einem Trapez-, Diamant- oder Komfortrahmen erhältlich. Für die ideale Sitzposition des einzelnen Kunden stehen insgesamt sechs Rahmengrößen von 45 bis 61 cm Höhe zur Auswahl. Ein in der Neigung verstellbarer Vorbau, ergonomische Griffe sowie eine gefederte Sattelstütze mit 30 mm Federweg sorgen für ein angenehmes Fahrgefühl. Auf fruppigen Pisten hält die luftgefederte Suntour Mobi E25 Federgabel, die bei Bedarf über eine Lockoutfunktion stargestellt werden kann, harte Schläge vom Fahrer fähren. Um einen universellen Einsatz im Alltag zu ermöglichen, sei es in der Stadt, auf Touren oder beim Berufspendeln, wurde auch bei der Auswahl des Gepäckträgers, der Beleuchtungsanlage, mit Taglichtsensor und den Schutzblechen auf bewährte Teile namhafter Hersteller gesetzt. Der 250 Watt starke Bosch Performance Line Motor, der von einem 750 Watt Stunden Akku mit ordentlich Power versorgt wird, bringt das Hercules sanft, aber konsequent rasch auf Touren. Im Zusammenspiel mit der weiten Übersetzungsbreite der 1x11 Gang Kettenschaltung von Shimano ermöglicht der Antriebsstrang für jedes Terrain eine angenehme Trittfrequenz. Die Unterstützungsstufen werden über einen Kippschalter gewählt und neben vielen anderen Informationen wie Kilometerstand oder Geschwindigkeit auf dem gut lesbaren Bosch Intuvia Display angezeigt. Im Fahrbetrieb zeigt sich das Hercules auf unterschiedlichsten Bodenverhältnissen als sehr komfortabel und laufruhig. Auch in kniffligen Situationen behält das Rad die Ruhe und wirkt enorm fehlerverzeihend. Die Sitzposition und die ergonomischen Griffe ermöglichen ein entspanntes Fahren auch auf längeren Touren. Wer ein robustes und vielseitig einsetzbares E-Bike sucht und dabei Wert auf eine an seinen individuellen Bedürfnisse angepasste Rahmengröße und Form legt, wird mit dem Hercules Futura HDI 11 lange seine Freude haben. Die angenehme Sitzposition und das fehlerverzeihende Fahrverhalten tragen zu einer klaren Kaufempfehlung bei.